Musik Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu My Day Friday. Heute habe ich Spaghetti mit einem leckeren Spargelpesto für euch. Geht schnell, ist äußerst lecker und ist ideal, wenn man mal nicht zu viel Zeit hat. Also, bis gleich! Musik Für das Spargelpesto brauchen wir auf jeden Fall grünen Spargel. Ihr braucht Spaghetti, ein gutes Olivenöl, frische Kräuter, Kräutersalz, Salz und Pfeffer. Auf jeden Fall braucht ihr etwas Knoblauch und ein paar Nüsse. Ich verwende heute Cashews und Walnüsse. Wer möchte, nimmt noch Parmesan und los geht's! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es so ist oder teilt dieses Video. Und ich wünsche euch an dieser Stelle ein zauberhaftes Wochenende. Genießt die freie Zeit und wer sich noch weiter klicken möchte, den habe ich hier unten nochmal zwei Videos verlinkt. Ansonsten kommt schon ganz bald ein neues Video von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald und tschüss.